EDIUS 7.5 Grass Valley stellt auf der NAB-Show die neue Version EDIUS 7.5 vor. Alex, das neue Update kostet, EDIUS 7.5? Nein, die EDIUS 7.5-Update wird auf der Webseite kostenlos. Also können alle EDIUS 7.5 einfach downloaden und installieren? Ja, alle EDIUS 7.5 können sie downloaden. Was ist neu in EDIUS 7.5? Wir haben sehr viele neue Funktionen in EDIUS 7.5. Wir haben den XAVC-Exporter verändert, der jetzt schneller als Real-Time exportieren kann. So, das ist der schnellste XAVC-Exporter im Markt. Und auch mit Extended Smart Rendering Features, Sie können XAVC 4K 60p sehr schnell exportieren. Also, wir haben auch die Unterstützung für die Panasonic VariCam 4K. So, die Unterstützung für die neue 4.4.4 formats und auch die höheren Framerate Files, Sie können sie in EDIUS importieren und in 4K editieren. Also, wir haben Funktionale Updates, Tipps, kleine Funktionale Updates in EDIUS hier und da, wie die Unterstützung für die Möglichkeit, dass sie die Playback weitergehen können, wenn EDIUS in der Hintergrund ist. So, Sie können die Playback starten und dann eine weitere Memo-Pad oder andere Software und EDIUS wird die Playback weitergehen. So, Funktionalitäten, diese Funktionale Updates wie das sind in den neuen Updates. So, eine kurze Worte zum Segment Encoding. Das bedeutet, wenn Sie einen Film wie eine Stunde XAVC haben und Sie wollen nur ein bisschen verändern, ein bisschen verabschieden und etwas verabschieden, dann muss es nicht re-encodeen, es wird nur verabschieden, oder? Ja, das geht für die XAVC i-Only-File. Aber wenn Sie Cut-Editing machen, und Sie re-encodeen, dann regiert es nur die notwendigen Bereiche. Und so, der Export wird sehr schnell, sogar 10x schneller als in der Real-Time. Oh, sehr schön. Wenn wir hier auf die Schraube schauen, sehen wir auch, dass EDIUS etwas anders sieht. Was hat EDIUS mit EDIUS passiert? So, das ist eigentlich ein speziell build von Version 7.5, mit ein sneak peek von was kommt in der Zukunft. So, wir planen ein bisschen ein GUI überhaul auf EDIUS. Das ist auch, um constantes Branding mit den anderen Grass-Valleyen Produkten, aber es ist auch, um die GUI einfacher, also ein bisschen mehr oder eine sehr schlechte UI, um es einfacher zu machen und einfacher zu operieren. Ja, es sieht aus wie die alten EDIUS, aber in einer Weise ein bisschen fresher, cleaner. Ich mag es. Und auch, habe ich gehört, dass Grass Valley ein Programm erwähnt, das heißt ein Jump-Programm. Kannst du dir erklären, was es über Jump-Programm ist? Das ist das, was wir bei NAB erwähnen. Und wir offeren auch den Kunden, die früheren Versionen von EDIUS haben, also Version 1 zu 6.5 und auch Versionen von NEO, um die EDIUS 7.5 zu 2.99. Und dieser Preis wird auch ein Update zur nächsten Version, die in Zukunft kommt. Okay, über die nächste Version, wir werden direkt über den Preis für unsere Kunden geben, um eine kurze Feedback zu geben. Der Preis 2.99, der Preis von 299 Dollar oder 299 Euro ist zuzüglich Mehrwertsteuer, das heißt in Deutschland wird die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Jump Update 355 Euro betragen. Und jetzt zur Frage in der Zukunft, Grass Valley wird ja auch ein ganz wichtiger Partner, nämlich der Hauptpartner der diesjährigen Digitalschnittmesse im Mai sein, am 12. Mai in München, am 19. Mai in Berlin und Grass Valley ist mit mehreren Mitarbeitern vor Ort. Und ja, Alex, wir sind glücklich, zu haben Grass Valley zu haben, die Digitalschnittmesse in München zumindest. Ich habe gehört, dass auch einige Leute aus Japan werden da sein. Wer wird da sein? Ja. Ja. mit meinem Chef mit meinem Chef und hoffentlich wir sind glücklich, die EDIUS-Userinnen was im Zukunft kommt. Wir sind sehr glücklich, zu gehen, zu München. Wir sind glücklich, die Digitalschnittmesse mit meinem Chef mit meinem Chef mit meinem Chef mit meinem Chef